Hallo, ich bin die Michaela. Wir sind hier auf dem Friedhof von Hanswill, bei dem Grab von Ernst Stuhlinge. Das war ein sehr angesehener Bürger der Stadt Hanswill. Er arbeitete nach dem Krieg, als er von Peenemünde nach Amerika kam, an dem Projekt der NASA in der Raumfahrt mit und starb hier auch 2008. Ja, da kam immer wieder Kälte. Aber ich weiß nicht, wie es hier erscheint, im Bauch zu bleiben.